Jep. Und dann sagt er Zufrieder. Hm, eine Logik. Jep. Schwierig. Speicher! Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, das war dieser Scheißkerl. Willkommen beim Stream. Das wird lustig. Einer hat einen Charakter bei Neverwinter, ich esse Kleriker genannt. Nein, sein Charaktername. Das ist der neuen Gamertag. Haltec. Da haben die nur Scheiße im Schädel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird auch für heute. Das ist der neue Mann. Das ist der neue Mann. Das ist der neue Mann. Das ist der neue Mann, der auch die Mann. Ich habe das kapastische Kürzern geschlagen. Das war's für heute. Ja, wahrscheinlich. Das war's für heute. 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 diesmal war ich die lösche nur weil ich jemanden wiederbeleben wollte ja seltsam war der hat mir angegriffen wo ich getan war er hat mir noch nie mal gesehen wo ich bin meistens eine feste gruppe aber leider entwerfen müssen die arbeiten werden müssen wir arbeiten oder ich bin so gut schon drei kämpfen wie viel robustheit habe ich und zwar 45 oh mein gott ich habe ja zugegeben keine robustheit ja das ist zu viel shit was geraucht sagen wir so schwach ist mal der macht du meinst den von neverwinter er ist scheiße sagen wir es so er ist so scheiße dass er so scheiße ist willkommen beim stream ich habe ein Wort für euch ich habe ein Wort Okay. Wie immer Schicksalspringer auf Level 34 zu bringen, wird lustig. Komm upstream. Schicksalspringer. Schicksalspringer. Er wäre unbeziell, so würden Sie wieder erfüllen. Das war's für heute. 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 So, was kann man denn alles schön verkaufen? Schöne, sichtige Sachen. Gebunden, nicht gebunden. Verdammte Scheiße, das kann ich alles für meine Waffe benutzen. Und aber nicht sehr viel. Hüpps. 5.000! Quats, dann krieg ich dafür mehr als ich eigentlich. Dann glaub ich die mal rein. Dann da nicht die brennt. 1.003 1.003 Wir gehen mal rein, mal gucken wie schnell ich's verkauft kriege. So, wo ist der Ring? Da ist der Ring. Der ist auch nicht gebunden. Kriegt man 3000 wieder. Und was ist, wenn man den verkaufen will? Oh. Okay. Mal gucken, ob ich das verkaufen kann. Mal gucken, wie schnell die Sachen weg sind. Loll. 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 Ah, fuck das Scheißdreck, ey. So, so, mein Füße habe ich nicht gekriegt, ich will ja Füße haben. Ihr seid so, wie noch nicht, naja, fast. Oh, wow. So, wie noch nicht, naja, fast. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Verdammt! Verschweigen der Lämmer Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast Verschweigen der Lämmer Der Team hat dominiert! Euer Team dominiert! Euer Team dominiert! Verschweigen der Lämmer Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das hat's leider nicht geschafft. Das war's. Das war's. Born to be wide. Come on. 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 Im Vergleiche. Er程oider Darão. Es war. Was macht. Der. Er ist. Er ist. Er ist. Er ist. Er. case. supercomputer. Er ist hier. Oh, Schicksalskaiser passt dann. Gut zur These. Oh, Schicksalskaiser. Ja, so ist das manchmal, ne? Oh, ich hab was verkauft. Geil. So kurz reingestellt und schon verkauft. Geiler Scheiß. Was, du gehst jetzt Sachen töten? Wieso, ich auch nicht mehr. Haben erst 94 Leute. Haben erst 94 Leute den Erfolg. Ja, aber die haben die ganze Zeit nur Drachen geklatscht und darauf war ich kein Bock. Danke für den Turm, du Arsch. Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert. Der Gegner ist sehr nah. Solltest du nicht unbedingt pausieren. Das ist ja wirklich auf Zeit. Wortwörtlich. Ne, Winter ist ja wortwörtlich auf Zeit, aber das ist echt... Das finde ich gut. Sehr gut. Weil das ist ne Langzeitmotivation dann auch. Der Gegner dominiert. Wenn es täglich ist, würde ich es machen. Scheiße. Na ja, gerade unter Team Wiler hab ich gewinnt. Viel Spaß. Muss ich auch noch machen. Wenn ich tägliche machen würde es nicht. Ich nehm das gleiche und schau aus. Scheiße. Das Spiel hängt sich auf. Willst du mich jetzt verarschen? Doch nicht. Ich dachte... Dieses Scheiß, den krieg ich auch nicht. Ich glaub's nicht. Ich hasse diesen Wachs. Der Gegner verliert. Da krieg ich ja Depression. Da krieg ich ja Depression statt positive... Nee. Nee, da krieg ich ja Depression. Nee, 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 nee. Das dauert noch. Euer Team dominiert! Ja, ja. Kann eigentlich loben. Euer Team dominiert! Also ich hab schon alle... So wie... Ich hab wirklich jedes Vieh schon ein paar Mal gekillt. Das sind wie hier . Der Gegner dominiert! Der Gegner dominiert! Der Gegner dominiert! Der Gegner dominiert! Da sind jo keine Drachen. Das sind nur nirr. Das sind nur n troutieren drücken! Das sind mon richtige Drachen. Das sind meine richtige Drachen, Und nicht die witz Figuren. Das war's für heute. Und wir haben gewonnen. Gib dir die Kugel, ganz ehrlich, gib dir die Kugel. Ich bin die Heilung in Pesso. Das ist ja voll langweilig. Na, langweilig, das ist ja echt langweilig dann, was er da machen will, das ist ein Witz. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Spiel, aber bloß... Ne, DLCs haben nicht so viel gebracht. Hast du denn alle DLCs geholt oder nur den einen den Kosten lohnen? Wie, willst du mich verarschen? Ich hab noch gar keins davon gespielt. Ja... Ich grüße... Weil nach NachtUT them so schön genug ist, Wie lange probieren Sie dann auch sogarチェ juice? Warne. Alle... werden noch colonialism invested. Ja, das müssen wir noch im Spiel bringen, ne? Müssen sie jetzt noch Tonschaubenschießen einbringen, das Minispiel. Tontorben schießen. Du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Dann... Habt ihr Astral... Peng. Gebt eure Astral-Diamant für hier aus. Ist doch gut, Luzi, für dich. Klapp, klapp, bumm. Haha. Weil du wirklich Schaden gemacht hast. Weil du wirklich Schaden gemacht hast, deswegen. Ahhhh. Ah, 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 ah. Mit deinen Homies, meinst du woher? 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 Wie hast du? Wir haben Kenny getötet. ultra selten warum sind dann so viele schon so hoch also meintes sind locker ich weiß was hast du gesagt so eine scheiße na gut egal jetzt hole ich mir meine hübsche kleine artefakt blöpfe ab weh du gibst mir nicht das was ich haben will du Arsch und wahrscheinlich kriegt wir nicht das was ich haben will das ding will mich verarschen das ding will mich jetzt echt verarschen so 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 was zu tun ist und sage dann mal bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.